Einmal verloren wir drei Spiele in Folge. Tommy sagte, Batista hätte ihn angeschrien. Ich dachte, ich komme nach Hause und mein Hund hängt tot am Baum. Aber ich habe die Spiele nicht manipuliert. Ich hätte nie ein Spiel manipuliert. Auch nicht, wenn wir zehn in Folge verloren hätten. Ich hatte Insider-Informationen und das reichte. Will er mich verabschieden? Er hat eine Pfeife in der Tasche. Er hat das große Los. Ich habe 47 Spiele mit Timmy gewettet. Wir gewannen 37 zu 10. 37 zu 10. 37 zu 10 mit dem Nummer. Wir haben das Nummer geschlossen. Tim Donaghy, Elvis, hat den Ausgang kontrolliert. Elvis war der King of Rock. Timmy war der König der Spielmanipulation. Hecht. Ich bin mir職か 소리iverse. Ich gegenseitig. Ich versuche, dass ihr tailsragst. Kerle b gobiernobt tendiert, wenn es euch vergrauchte, wenn es Angst ist, Doch, denn es dort tut le WrestleMania 1. Untertitelung des ZDF, 2020